Moins meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde First Time. Heute begeben wir uns mal ganz nach unten, was die Niveauschiene angeht. Wir zocken Timo, Full-AP-Mitte. Die Autotecks alleine schon, ui, 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 und Peng. All, all, das hat aber wehgetan. Hui, ui, ui, die Autotecks knattern aber ordentlich rein. Drittel Leben weg mit zwei Autotecks. Oh, was willst du, ha? Peng, pass mal auf, pass mal auf, ich bin ready. Ups, Sekunde, dann ist sie dead. Autotecks noch? Oh, oh, Jungs, seid ihr ready? Seid ihr ready? Seid ihr ready für den Move? Oh, der beste Timo auf diesem Server. Oh mein Gott, bin ich gut. Da habe ich den Gegner einfach nur radikal outplayed. Ich habe gesehen, wie ich jeden einzelnen meiner Skillschots getroffen habe. Das war einfach nur filigran. Oh, oh mein Gott, diese Schaden. Und, die ist tot, die ist tot, die ist tot, die ist tot. Oh, 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 oh. Entschuldigung, hier ist der Reiß. Oh mein Gott, dieser Damage. Andrache, was soll das? Oh, fuck. Sogar beim Sterben ist Timo glücklich. Der Junge hat es einfach geschafft im Leben, ne? Falls mich mal jemand ganken will. Es gibt auch auf jeden Fall was zum Naschen, ne? Man muss ja seine Gäste auch gut behandeln. Ne? Nicht wahr, Oriana? Peng. Ja, noch einer. Oh, fuck. Ah, besser ist er. Tschüss. Oh mein Gott, schöner Hook. Aber der Damage ist ja komplett insane. Jetzt auch noch ein Hextech-Revolver. Pink-Word. Na klar, ein Pink-Word. Hm? Was wollt ihr denn damit machen? Hm? Meine Reißfelder zerstören? Meine mühselig angebauten Reißfelder, ihr kleinen Schlingel? Dafür gibt es erstmal einen Q. Zack. Scheiße, mach ich den. Scheiße. Rückzug. Na, lauf durch. Jo, das schmeckt, oder? Das schmeckt, ne? Das schmeckt, oder? Ei, 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 ei. Na, wer hat das bessere Gift? Bitch, du kleiner Kacke. Soll ich dir nochmal ein paar Lehrstunden geben in Sachen Giftkunde, hä? Bart. Entschuldigen Sie bitte. Bart. Nein. Muss nicht sein. Muss nicht sein, Bart, ne? Muss jetzt nicht sein, ne? Zack. Oh mein Gott. Der kill war richtig swaggy. Ha. Ei, 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 Leute. Das sagt nicht, Timo ist in der Nähe. Hallo. K6, lass mich nicht im Stich, ne? K6. Oh, was, Steven? Äh? Holy shit, mein Schaden ist so nice. Du denkst also, du kommst weg, Kale, ja? Gegen Timo möchten sie also wegkommen, ja? Ist das, ist das gerade, ich sag, so das, was ich hier raushören kann. Ich hab da leider heute kein Ticket für sie. Es geht sofort weiter, Leute. Es geht sofort weiter. Kite, kite. Kite nach hier. Kite hier hin. Kite zum, kite zum Pilz. Zum Pilz, son. Und ciao. Oh mein Gott. Hallo. Warte mal. Warum hat der Bartz-Mite dabei? Achso, das ist Bartschungel. Ja gut. Das hab ich jetzt nicht so mitbekommen bisher. Oder ich hab mir ein Nashor. Was? Wo ist der denn gestorben? Oh. fucking Timo, Alter. Äh, upsie. Das ist echt aber unglücklich. Also wenn hier jemand reinläuft. Wenn hier jetzt... Oh mein Gott, Zugriff. Zugriff. Oh mein Gott. Dieser Damage. Kommen Sie her. Und tschüss. Er wurde einfach schon wieder massiv outplayed an der Stelle. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und tschüss. Habe ich ihn gerade getushottet? Äh. Du wirst also Auto attacken, ja? Haben wir heute leider nicht im Angebot, mein Lieber. Die ist heute leider ausverkauft. So. So. Bitch. Hä? Hä? Schau. Lul. Wen one-shotten wir als nächstes? Ich glaube den da. Daher ziehst du raus. Oh. Da ist jemand wieder reingelaufen. Oh. Er ist tot. Was soll's? Dein Ernst? Du Knisch? Schöner Flash. Ist das Game, Leute? Hä? Hä? Oh. Oh. Nee. Tschüss. Oh. Fahr da etwa einen Pilz? Ja gut. Der Spiel ist ganz schön knackig, muss ich sagen. So. Mana-Technik sieht es eher... Nicht mehr so geil aus. Ah. 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 Ja. Leider kannst du mich nicht ulten, weil du mich nicht auto-tank kannst. Ist das ärgerlich? Oder ist das ärgerlich? Leben, Mana. Alles overrated. Wenn man Reis hat, geht's einem gut. Tag. 223 mit Timo, Leute. Mit fucking Timo. Das ist halt einfach echt nicht fair. Was... Was ist das, Mann? Oh. Oh. Hier kommt noch Switch. Das ist halt einfach nicht so geil aus. Das ist halt einfach nicht so geil aus. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hehehehe.